Musik Hallo, mein Name ist Sören Schumann, ich bin ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und im heutigen Video geht es um ein schockierendes Erlebnis, eine schockierende Erfahrung, die ich gemacht habe beim Thema Leberreinigung und ja, was es genau damit auf sich hat, das erfährst du in diesem Video. Und zwar, ich habe schon ein sehr, sehr ausführliches Video zum Thema gemacht, zum Thema Leberreinigung, wie wirkt sie, welche Kritikpunkte gibt es, was ist meine Kritik an der Kritik und so weiter, das ist mein zweitbeliebtestes Video bzw. das Video, was am zweithäufigsten angeklickt wurde, checkt es auf jeden Fall ab, hier unten vorher brauchst du das Video, was du jetzt anguckst, nicht angucken. Bitte vorher mein Video zur Leberreinigung angucken, damit du auch verstehst, worüber ich hier spreche. Dort sage ich zum Beispiel, dass, also die Kritik an der Leberreinigung ist zum Beispiel, dass diese Sachen, die dort rauskommen, ja, dass es nur Verseifungen sind von den Sachen, die man einnimmt, zum Beispiel von dem Olivenöl oder von verschiedenen Ölen, von Grapefood, Saft oder Zitrussäften oder auch von dem Bittersalz und dass diese Ausscheidungen, die rauskommen, nur aus diesen Sachen bestehen, die man einnimmt bzw. dass die ganzen positiven Erfahrungsberichte nur auf Placeboeffekt beruhen oder nur darauf beruhen, dass man sich vorher gesünder ernährt oder dass sich der Darm entleert usw. In dem Video habe ich das widerlegt bzw. habe ich halt, ja, Argumente dagegen gebracht, zum Beispiel, dass, ja, es extrem viele positive Erfahrungsberichte gibt und die nicht allein auf Placebo zurückzuführen sind, dass es wissenschaftliche Untersuchungen gibt über die Dinge, die ausgeschieden werden, dass es nicht nur aus diesen Bestandteilen besteht, die man einnimmt. Ein weiterer Punkt war natürlich, dass es allgemein in der Kommunikation große Probleme gibt, weil wenn halt die ganze Zeit von Leberstein oder Gallenstein gesprochen wird, dann ist natürlich klar, dass es da Probleme gibt, weil natürlich sind das nicht alles oder zum Großteil nicht Lebersteine oder Gallensteine, die sich dort befinden, sondern das sind halt Ablagerungen, sogenannte intrahepatische Lebersteine oder Gallensteine, die sich in diesen kleinen Gallengängen ablagern und die man durch die Leberreinigung, durch die Lebergallenblasenreinigung ausscheiden kann. So, was war jetzt mein schockierendes Erlebnis? Wie du vielleicht mitbekommen hast, experimentiere ich gerne rum und vor einigen Wochen habe ich auch ein Video veröffentlicht zur Pflanze Shankapietra. Das hast du sicherlich mitbekommen. Falls nicht, guck es dir an, bevor es jetzt weitergeht, damit du verstehst, ja, wie die Zusammenhänge sind. Also, Shankapietra, ich habe mich nochmal intensiver mit dem Thema beschäftigt und habe über mehrere Wochen, ca. 3-4 Wochen, einen Tee davon eingenommen, weil der zum Beispiel sehr gut auf die Leber- und Nierengesundheit wirkt bzw. Ablagerungen, die sich dort aufgrund von verschiedenen Ursachen, z.B. Medikamenten, Alkohol, schlechte Ernährung, Antibiotika usw. dort ablagern können, dass diese Ablagerungen durch Shankapietra aufgelöst werden. Shankapietra wird in Südamerika oder auch schon in der Ayurveda seit mehreren hundert oder tausend Jahren angewendet, erfolgreich bei Leber- und Nierenproblemen. Und ich habe vorher auch schon gute Erfahrungen damit gesammelt oder sehr gute Erfahrungen damit gesammelt. Was ist jetzt passiert? Ich habe den Tee nochmal über 3-4 Wochen ungefähr getrunken, auch in großen Mengen, und ich habe mich auf eine neue Leberreinigung vorbereitet. Was war jetzt das schockierende Erlebnis? Wie ihr ja sicherlich wisst aus dem Leberreinigungsvideo, trinkt man an dem Abend ein Öl-Citrus-Saft gemischt. In meinen Fällen war es bis jetzt immer ein Olivenöl-Grape-Food-Saft gemischt. Und das löst dann quasi diese Schockreaktion in der Leber, in der Galle aus, wodurch diese ganzen Ablagerungen mit der Galle ausgeschieden werden, aus den Gallengängen, die dann in den Dünndarm gelangen, in den Dickdarm gelangen und dann ausgeschieden werden. So, was ist jetzt passiert? Ich habe den Shankar Pietrat Tee, wie gesagt, 3-4 Wochen lang vorher getrunken, habe dann planmäßig mein Bittersalz eingenommen, am Nachmittag, am Abend, beziehungsweise einmal 18 Uhr, einmal 20 Uhr, habe dann den Einlauf durchgeführt, und dann gucke ich in die Toilette und was ist da drin? Diese klassischen Ablagerungen, ohne dass ich dieses Öl-Citrus-Saft-Gemisch eingenommen habe. So, wer kann mir das jetzt erklären? Von den ganzen Leuten, die sagen, ja, das sind nur Verseifungsprozesse, das besteht nur aus Öl und Citrus-Saft, diese Ablagerungen mit Gallenflüssigkeit oder was weiß ich. Also, wie gesagt, nochmal zum Mitschreiben. Ich habe den Tee getrunken, ich habe Bittersalz eingenommen und habe einen Einlauf durchgeführt, und dann habe ich diese gleichen Ausscheidungen in der Toilette gehabt, die sonst erst immer kommen, wenn man das Öl-Citrus-Saft-Gemisch einnimmt. Ich habe davon schon häufiger gelesen, auch in Büchern, ich habe mich ja sehr viel mit dem Thema Leberreinigung oder allgemein Leberentgiftung und so weiter beschäftigt, und ich habe von diesen Erfahrungsberichten gelesen und habe es jetzt bei mir selber auch erlebt. Falls du denkst, ich habe mir das jetzt ausgedacht, muss ich dich leider enttäuschen, oder es ist Fake, muss ich dich auch leider enttäuschen, weil ich habe das live in meiner Facebook-Gruppe geteilt. Also, ich habe die daran teilhaben lassen, an der Leberreinigung, an den vorbereitenden Maßnahmen und so weiter, und ich habe denen auch das mitgeteilt, ja, dieses schockierende Erlebnis oder dieses, ja, für mich sehr, sehr interessante Erlebnis, dass die Sachen schon vorher rauskamen. Ich habe das auch mit meinen Kollegen Benjamin Weidig und auch seinem Mitarbeiter Francesco geteilt, die können das auch belegen, dass ich mir da jetzt nichts zusammenreime, nichts ausdenke und so weiter. Und ja, wie kann das Ganze passieren? Weil die Chancapietra-Pflanze natürlich diese Ablagerung durch verschiedene Prozesse, durch verschiedene Eigenschaften, die sie hat, auflockern kann, auflockern kann, auflösen kann. Wie das genau funktioniert, habe ich in dem Video erklärt. Und auch dadurch, dass das Bittersalz die Gallengänge weitet. Und die Kombination von den beiden Sachen hat anscheinend schon ausgereicht, dass, ja, diese Sachen ausgeschieden wurden. Am nächsten Morgen kamen natürlich auch noch Dinge raus, nachdem ich die, nachdem ich das Ölgemisch, das Öl-Saftmisch getrunken habe. Aber wie gesagt, vorher kam es auch schon zu massiven Ausscheidungen. Apropos Ausscheidungen. Ich habe die Leberreinigung jetzt ungefähr, also ich glaube, 21 Mal durchgeführt, weil ich halt so von ihrer Wirkungskraft überzeugt war und auch mir zahlreiche Leute, die ich da betreut habe, da sehr, sehr positive Dinge berichtet haben. Und weil ich mich natürlich auch mit den Hintergründen beschäftigt habe. Und ich habe das natürlich auch dokumentiert. Also von der ersten bis zur zwölften Leberreinigung habe ich immer Fotos gemacht von den Ausscheidungen. Und dort sieht man natürlich auch ganz klare Unterschiede, die allein schon gegen diese Versaifungstheorien sprechen. Da möchte ich euch jetzt ein paar Einblicke geben, wem das zu eklig ist. Da verlinke ich, da blende ich gleich eine Zeit ein, wo das Video dann weitergeht, damit du das skippen kannst und dir jetzt nicht vielleicht da irgendwas hochkommt. So, starten wir direkt mal mit dem Foto zu meiner ersten Leberreinigung beziehungsweise zu den Ausscheidungen davon. Ich habe hier als Vergleich daneben ein 5-Cent-Stück gelegt, damit man immer so eine Relation hat. Und da war noch nicht viel. Da kam kaum was raus. Nur so ein paar Schleime, ich denke so Schleimeablagerungen aus der Leber. Aber das war sehr, sehr wenig. Das hatte auch so ein bisschen kristallartige Formen teilweise. Und hatte noch nichts mit diesen klassischen Ausscheidungen zu tun. Das Ganze hier ist jetzt schon 5 Monate später. Also das ist zum Beispiel die 6. Reinigung, die ich durchgeführt habe. Das sieht natürlich schon ganz, ganz anders aus. Also was schon wieder gegen diese Theorie spricht, dass das alles nur aus den Dingen besteht, die man dort einnimmt. weil da müsste ja auch immer das Gleiche rauskommen in ähnlicher Form beziehungsweise auch in gleicher Menge. Und hier ist natürlich eine viel, viel größere Menge. Die sehen auch ganz anders aus. Und wie gesagt, nach diesen Leberreinigungen hat man sich auch immer, habe ich mich persönlich immer, sehr gut gefühlt, sehr klar im Kopf. Ich war besser drauf, hatte ein besseres Wohlbefinden und meine Verdauung hat sich zum Beispiel auch extrem oder meine Haut hat sich auch extrem dadurch verbessert. Wenn wir nochmal 6 Monate weitergehen, sieht man hier nochmal wieder eine viel, viel größere Menge, die dort ausgeschieden wurde. Und auch in unterschiedlichen Farben und Formen. Und wie gesagt, das spricht auch wieder gegen diese ganzen Theorien, die da veröffentlichen werden beziehungsweise gegen die ganzen Kritikpunkte. und wie gesagt, nach dem 12. Mal habe ich dann aufgehört damit. Wenn du dich jetzt fragst, warum habe ich diese Reinigung überhaupt so oft durchgeführt beziehungsweise wie kann das sein, dass da so starke Ablagerungen waren oder dass die Leber so belastet damit war. Unter anderem, weil ich sehr viele Schmerzmittel vorher genommen habe, weil ich mich sehr ungesund ernährt habe, sehr viel Fleisch, minderwertiges Fleisch, sehr viele Milchprodukte, auch Fertigprodukte konsumiert habe, Jahre, Jahrzehnte früher, weil ich auch Akne-Normien genommen habe über einen längeren Zeitraum, was extrem die Lebergesundheit angreift. Und deswegen war es für mich nicht verwunderlich, dass dort immer wieder Dinge rauskamen beziehungsweise, ja, nach dem 12. Mal wurde es dann immer weniger. Also dann wurden die Ausscheidungen immer weniger. Da war es vielleicht noch 5% oder 2% oder 1% nur von diesen Mengen, die dort rauskamen, was natürlich auch wieder gegen diesen Kritikpunkt spricht. Ich habe das jetzt noch weiterverfolgt, dann habe ich die Abstände kürzer gewählt. Also ich habe es immer einmal pro Monat gemacht und jetzt habe ich es nur alle paar Monate gemacht, je nach Körpergefühl. Und jetzt war es wieder soweit. Ich habe es durchgeführt. Was dabei rausgekommen ist in Verbindung mit dem Chanka Pietraté habe ich euch ja gerade mitgeteilt. Und als krönenden Abschluss können wir ja mal gucken, was die Fachpresse dazu sagt. Und zwar Spiegel Online hat sich hier geäußert und hat sich ja in einem Artikel darüber geäußert und hat quasi gesagt, dass das quasi Quatsch ist beziehungsweise hat die Ärzte auch in Schutz genommen. Hier natürlich wird ordentlich auf die Tränentrüse gedrückt. Das ist nicht einfacher geworden für Ärzte im Internetalter. Patienten sind zwar häufig besser informiert über Krankheiten und Symptome. Was ein Segen ist, kann aber auch zum Fluch werden. Und so weiter und so fort. Hier wird dann auch gesagt, besonders problematisch wird es, wenn Patienten anfangen, sich selber zu therapieren. Wenn man selber die Initiative übernimmt, wenn man selber die Verantwortung übernimmt für seine Gesundheit, dann wird es natürlich, das wird hier kritisiert, dann wird es natürlich schwierig für den Arzt, weil er dann nicht mehr so viele Medikamente verschreiben kann. Das ist natürlich sehr traurig. Dann wird hier noch auf das Vorgehen eingegangen. Zum Beispiel, ja, wird es dann hier ganz falsch dokumentiert. Also hier wird gesagt, man trinkt 400 Milliliter Olivenöl auf einmal. Das ist echt heftig. Also da gibt es zwar verschiedene Angaben, also von 120 Milliliter, was ich immer genutzt habe, bis maximal 200 Milliliter. Aber hier wird ja die doppelte, beziehungsweise mehr als die dreifache Menge davon genutzt. Und dann ist natürlich klar, dass da ja vielleicht falsche Ergebnisse rauskommen. Ja, im Endeffekt ist der Artikel sehr, sehr schwach, meiner Meinung nach. Und wird immer wieder, immer wieder wird darauf eingegangen oder wird der Patient oder der Interessierte dazu aufgerufen, sich nicht selber zu informieren beziehungsweise, ja, die Verantwortung lieber beim Arzt zu lassen. Hier nochmal ein Statement von, ja, einem Arzt, der sich damit beschäftigt hat. Seriöse und objektive medizinische Informationen sind für einen Laien nur schwer von persönlichen Meinungen einzelner Internetautoren oder gar Scharlatanerie zu trennen. Und mein persönlicher absoluter Höhepunkt ist, dass man sich dann hier auf, ja, die Seite esowatch.com auch heute bekannt als Psyram oder Psyram bezieht, als Lexikon über Pseudowissenschaft, Esoterik und Verschwörungstheorien, das dann quasi hier Licht ins Schatten bringt, angeblich und diese Therapie als Pseudomedizinische Therapie bezeichnet. Ich denke, damit ist alles gesagt, ich denke, der Spiegel hat recht. Ich bin mir auch sicher, dass die ganzen Erfahrungsberichte der Leberreinigung ja nur auf Placebo beruhen und, ja, dass es nur Verseifungsprozesse sind, die dort stattfinden. Und ich bin mir auch sicher, dass man jetzt nicht auf Scharlatan aus dem Internet hören sollte, sondern wirklich lieber zum Arzt gehen sollte und dort sich immer Antibiotika oder das nächste Medikament, den nächsten Blutverdünner oder, ja, die Insulinspritze abholen sollte, dann ist man wirklich auf die sicheren Seite und dann macht man da nichts Falsches, weil esowatch.com beziehungsweise Psyram oder Psyram haben das Ganze hier ganz klar entlarvt, dass es sich hier um eine Verschwörungstheorie handelt. So, ich denke, dem Ganzen ist nichts mehr hinzuzufügen. Mich würde interessieren, ja, wie ist deine Meinung zum Thema? Welche Erfahrungen hast du mit der Leberreinigung gesammelt? Ich habe unter meinem Video zur Leberreinigung auch sehr, sehr viele positive Erfahrungsberichte bekommen, was sich so mit den Erfahrungen des Berichten deckt, die man so im Internet liest oder allgemein von Leuten hört, die sich mit dem Thema intensiver beschäftigt haben. Mich würde auch interessieren, ob du schon Erfahrungen hast mit der Chancapietra oder mit der Chancapietra-Pflanze, mit dem Kraut, das sehr, sehr gut wirkt auf die Leber- und Nierengesundheit und ja, ansonsten war es das wieder von diesem Video. Ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Hau rein, bis dann, bleib gesund, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020